Hallo, ich möchte euch zeigen wie man ein paar Antistressbälle macht, mit Luftballons und Mehl. Mehr brauchen wir nicht. Und zwar, ich habe hier schon eine gemacht, ich wollte euch zeigen, super toll, sieht aus wie ein Knettball, ist ein Antistressball, kann man spielen damit, die Kinder und Erwachsenen. Hier kann man verschiedene Formen machen, wie man möchte, ich habe hier ein bisschen gemalt, wie ein Gesicht, habe ich hier gekleppt, einfach ein Pompons selber gemacht. Sie sehen aus wie Haare, sieht aus wie ein kleines Mädchen und hier ist ein kleines mit roten Haaren, ist auch sehr lustig und süß, das müsste eigentlich sein Kind sein. Und dann eine habe ich ohne Gesicht, sieht so toll aus, kann man damit auch gut spielen. Kneten, wie ihr seht, super super gut. So und jetzt werde ich euch zeigen wie das geht und zwar in so einem, habe ich gekauft, so Maxi Ballons, werden wir mit Drittel und Mehl, einfach Weizenmehl füllen. Wir geben kurz zur Seite. K desses, artifacts und kümmern wir an mögeln. Die armen kommen jetzt zur Seite, eben bei mehlerem mit zwei L consideratemi competing in Mofiorik vinzen. Vielen Dank. Ich glaube vier, fünf Löffel sogar passen hier. So, wie ihr da seht, habe ich jetzt voll. Jetzt muss man nur, sieht aus wie Kneten, als wäre er mit Kneten gefüllt. Ganz, ganz toll. So werden wir ein Knoten machen. Das geht sehr. Ein bisschen schwer. Aber geschafft. So, jetzt, guck ihr an, sieht super aus. Kann man formen, wie man möchte. Super. So, jetzt habe ich die zweite Variante, habe ich eine andere Balance gemalt. Jetzt werde ich ihn abschneiden und da versuche ich da oben, über ihn zu tun. Versuchen wir ihn. Also, als hätte er ein Gesicht und gleichzeitig eine Mütze und ein Gesicht und zwei Farben. So sehen die aus, unsere lustigen Antistress Ballons. Wie ihr seht, kann man kneten, wie man möchte. Lustig, hübsch. Ich hoffe, mein Film hat euch gut gefallen und ein bisschen zum Bastel inspiriert. Ich wünsche euch viel Spaß zum Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.